Monster sind viele unter uns. Monster können Politiker sein, Bauhaie. Wenn jeder im Kleinen seinen Teil beisteuert, das ist eine der wichtigsten Sachen. Hallo und willkommen bei Apropos das Magazin. Generell ist Apropos auch wichtig für unsere Verkäufer, weil sie dann Teil einer Gemeinschaft sind. Herzliches Servus zu einer weiteren Spezialausgabe des Sportplatzes. Ich will nicht mehr jeden Tag ausschlafen müssen, okay?